So, da sind wir wieder. Arkadion hat sich nur stumm geschalten. Ja, ich hab extra überall Warte geschrieben. Jetzt steht sogar in seinem E-Mail-Fach hier drin. Steht jetzt bestimmt irgendwo eine E-Mail von mir, warte mal, oder sowas. Ähm... Warte kurz, ja genau. Draco! Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Beschütze die Welt. Nicht jeder kommt lebendig aus diesen Schiffen heraus. Und wir wissen immer noch nicht genau, was mit denen passiert, die es nicht schaffen. Hier ist dein kleines Andenken von mir als Anerkennung für deine Flucht. Und um dich daran zu erinnern, deine Post regelmäßig zu überprüfen, wir können immer einen Helden mit deiner Feuerkraft gebrauchen. Ja, und dann musst du annehmen machen, dann kriegst du so ein Geschenk. Okay, äh, bitte warte auch immer, bis ich zu Ende geredet habe. Ja, ich wusste halt nicht, wie lange das war. Sorry. Also, ah, was ist das denn? Ich zerstöre hier gerade alles. Keine Ahnung. Maske des Siegers. Okay, ich behalte aber mal kurz meine Sachen. Meine Dings, die ich anhabe. Bleib steht! Wer ist, was ist das? Hat eigentlich Batman schon zu dir gesprochen? Nee, ich muss jetzt erstmal mit diesem... Jetzt mit so einem komischen General sprechen, wer ist das? Ja, guck runter. Hier, wo ich bin. Wo bist du? Hier, du siehst meinen Namen. Ach, okay. Und wenn wir draußen sind, muss ich dir mal was Lustiges zeigen. Mr. Buchmann. Da warte ich hier, ähm... Wie hieß der? Wie heißt der? Gibt es hier nicht irgendwo eine Aufgabenquest oder sowas? Hi, John. Ähm... Äh, finde... Unterstupfhändler, finde die Poststelle, spricht mit Search'n Doe. Ah, okay, dann kommen hier runter, wo ich bin. Äh, wenn ich dich sehr will. Ah, hier. Ich komme. Ja, und dann hier müsstest du, glaube ich, da lang. Hier. Ja, ich komme. Ah, da. Was meinte ich mit hier? Und guck mal, wenn ich weiter... Ich weiß, du bist neu hier, aber Scarecrow ist aus dem Arkham Asylum ausgebrochen und verpestet das East End mit Angstgas. Das GCPD und TUIS können das nicht allein unter Kontrolle bringen. Ach, wenn du Lieutenant Bullock siehst, sag ihm nicht, was ich dir erzählt habe, in Ordnung. Er reagiert etwas überempfindlich auf kostümierte Irren. Ich meine, Helden. Dies ja ein bisschen. Ja, und dann musst du jetzt wahrscheinlich hier runter. Äh, nee, was musst du jetzt machen? Äh, ich schaue mal kurz auf Yacht. Hier ist Batman. Aha, hier ist Batman. Ich weiß, dass du gerade ein Brainiac-Sammlerschiff zerstört hast. Beeindruckend. Mal sehen, wie du mit Heldenarbeit am Boden zurechtkommst. Scarecrow ist aus Arkham Asylum entlaufen und räuchert das East End Gothams mit Angstgas ein. Bist du bereit, dich deinen Albträumen zu stellen? Ja. Okay, warte. So, warte. Was habe ich jetzt für eine Aufgabe? Das sind wahrscheinlich die Typen da töten. Oder halt raus. Ich muss zu dieser verlassenen Baustelle im East End. Ja, da komm mit, die ist gleich vorm Eingang. Ja, weil ich mach kurz noch mal die Sounds ein bisschen leiser, weil du bist ein Leise bist. Okay. Äh, Sprachdings. Annehmen. Ja, ich mach. Da musst du jetzt gleich, wenn du draußen bist, musst du nochmal nach oben schauen. Ich lauf hier mal so schön an der Seite. Ups. Ey, warum bist du jetzt nur in meiner Gruppe? Äh, wieso bin ich nicht mehr in einer Gruppe? Bleib mal dort, wo du gerade bist. Äh, ich bin, ich geh gerade raus. Warte, ich lade dich nochmal ein. Warte. Diese Joker sieht ja echt fies aus. Wo hast du eingeladen? Warte, ich... Ist gerade ein Ladebildschirm. Und der Ladebildschirm dauert irgendwie gerade total lang. Ah, da bist du. Ich seh dich schon. Ah, ich bin aber noch nicht drin. Ich bewerf dich mal kurz mit Lace und. Toll. Okay. Ah, komm schon. Mach endlich. Mach hin. Ich seh dich. Ja, ich seh mich aber nicht. Ich seh nur diesen scheiß Joker hier. I'm watching you. Äh, man, 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 man. Der Joker gibt ja bei manchen Geschenke, finde ich voll lustig. So, jetzt. Ich soll nach oben schauen. Ja. Toll. Dreh ich um. Dreh ich um. Ein bisschen weiter nach links schauen. Hi. Hier oben. Siehst du mich? Ja, ich komm kurz hoch. Warte, du kommst da hoch, geil. Ich hab Akrobatik, das weißt du schon. Man, wenn der hoch ist, der Ton. Ja, ich hab Akrobatik. So, wenn der... Okay, warte mal. Warum bist du jetzt nochmal in meiner Gruppe? Warte, ich glaub ich nicht mal. Ich geh ganz kurz nochmal ganz kurz raus. Also, boys kurz raus. Okay. Du hast mich aber noch nicht eingeladen. Oh mein Gott, es leckt gerade ein bisschen. Ich geh mal hier ganz hoch. Lol. Ach, wie geil. Finde das Bad-Signal. Das Bad-Signal ist da. Okay. Bin drin. Hui. Komm, ich kann fliegen. Hui. Zack. Ich glaub, das ist sogar besser als... Was für einer typischen Nacht in Gotham. Scarecrow's Gang hat das Biestend übernommen und pumpt Angstgas in die Atmosphäre. Komm her, Schreier. Wir benutzen eine verlassene Baustelle, um Angstgasgebläse für den Rest Gothams zu verteilen. Schalte sie aus, bevor sie die gesamte Stadt in Panik versetzen. So, Black Dings, kommst du mal her. Blackhound. Bist, kommst du? Ja, klar, ich aber wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Dach. Achso, okay, warte. Ich möchte mich nicht kurz noch mal. Neben dem Police, oh Gott, nein. Ah, okay, jetzt. Zack. Gott, die halten ganz viel aus, diese Schreier. So, ich dachte, wir wären in PvP. So, gehen wir mal hier weiter. Weiter runter. Also, wir sind gleich in PvP, aber... Ähm, also, das ist schon PvP, aber nur, die, die böse sind, gegen die müssen wir kämpfen. Müssen. Ja, also, die bösen Spieler, und die haben es manchmal in sich, weil die ja auch höhere Level sind. Ich habe jetzt schon mehrere Besieger, aber es gibt zwei, die arbeiten im Team und töten die ganze Zeit andere. Warte, Gott. Was ist los? Blume! Und die Schreier kann ich mit meinem einen Zauber hier, mit dem Gift, da töten. Dann muss ich nur daneben stehen und dann sterben sie. Weil das zieht ihr dann immer genug Gift ab. Habe ich ja nicht neue Fertigkeitspunkte? Nee. Nee, siehst du, das ist, glaube ich, der rote... Ah, Punkt. Ist mir runtergefallen. Und das ist deine erste Quest, du musst das hier ausrotten. Also, den Schreier töten, glaube ich, im Zauber. Okay. Ich glaube, ich schaue jetzt nur noch zu und lasse dich das haben, weil ich bin bald wieder Level 7, deswegen... Ja, bitte fliegt nur hoch. Und? Nö, ich fliege nicht hoch, ich fliege nur lang und kämpfe nicht. Okay. So. Boah, diese fetten Schreier haben, ist ganz schön in sich. Die sind stärker als diese dünnen Roboter. Hä, wer ist das denn? Wie scheiße rennt die denn? Und die rennt genau so... Könntest du bitte ein bisschen höher fliegen, weil... äh, das irritiert mich ein bisschen. Tu mir nicht weh! Hm, 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 los, ihr Scheißschreier, ich zeig's euch. Und die haben ja alles selber an, dass sie haben sind. Und einfallsreich. Schalala, los, mach diesen Scheißschreier fertig. Was ist los? Ich, Angst, ich mach dich grad fertig, du Arsch. Oh, Hilfe! Wir können ja gerne noch ein bisschen blabbern oder sowas, was kratzt, so ein bisschen ruhig. Sag immer, wenn du Hilfe brauchst. Ah, zurzeit sah ich gut aus, ich verliere kaum Leben. Mach mal Shift, also mach mal Shift und... Okay. Und dann schlag, weil du... Also schießt man nicht. Warte mal, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich dich irgendwie heilen kann. Ups. Hab ich dich grad geheilt? Ja, keine Ahnung. Warte mal, lass dir mal ein bisschen Leben von dir. Ich will den K. noch kurz auf diese Weise... Ich mach's gerade. Aber die zocken mir so, wie ich leben. Warte, und jetzt lass ich dir mal ganz kurz heilen, ob das klappt. Ja, Leute, es klappt. Ey, du bist Level 4. Jetzt hast du ein Fertigkeits. Tu mir nicht weh. Komm, ich bombardiere die so ein bisschen mit dem... Zeug hier. Mein Gott, wie viele sind das denn? Mit dem kannst du ja Leute anbissen. Jaja, mach ich ja. Die ganze Zeit. Hinter dir. Blumen! Eigentlich wolltest du mich das ja machen. Ich zauge ihn grad sein Leben ab. Eigentlich wolltest du mich das ja grad machen lassen. Na, guck mal. So kann ich... Lass ihn mal. Lass den mal los. Ich greife ihn auch nicht an und er stirbt jetzt. Einfach, guck. Tod ist noch. Okay, das macht gar nicht das wieder. Warte. Du musst einfach nur... Ich glaub, komm mal her. Du musst nur dieses Gebäude hier. Nur dieses Gebäude hier hoch und alle... Wo bist du denn gerade? Oh. Achtung, ich falle. Oh. Komm mal. Hier. Und da hat einfach dieses Gebäude hoch. Wo ich bin grad hier neben dir. Hier hoch. Ah, okay. Und ich würde sagen, also bei mir hat's gereicht, wenn du dieses Gebäude hier aus... La, lol. Was ist? Du kannst nicht auf... Doch, ich... Ich kann überall rumklettern. Ah, ich glaub ich mach mich nochmal so über den Grundleid. Fliegen ist ja auch cool. Ja, aber nicht so geil. Auch wenn du da auch so an der Wand vorbeifliegen kannst trotzdem. Was, ich soll dir nicht wehtun? Mein Gott. Okay, ich töte noch kurz ein, damit ich level up bin, okay? Okay. Weil ich muss jetzt nur einen einzigen töten. Wo sieht man das? Wo sind das alle umzingelt? Was sind das für Schweine? Das sind Parasiten. Es sei bei mir sind grad acht Leute und hab mich umzingelt. Echt? Soll ich zu dir kommen? Äh, nur noch drei. Wie, richtige Spieler? Nein, äh, normale. Bei richtigen Spielern war ich ja schnell tot. Okay. Okay, ich hab jetzt grad alle umgebracht. Mann, ich wollte nur einen einzigen umbringen. Drück mal K. Warte, ich mach gleich. K. Ja, bei Kräfte kann ich einen machen. Okay. Dann schau mal, was du für Kräfte hast. Warte, bei Fallen kann ich nichts. Bei Tricks kann ich eins, aber das will ich nicht. Was ist da? Ja, ich würd's einfach mal machen, weil die anderen kannst du ja erst mit höherem Level und bist du da, soweit bist, kannst du das mal nehmen. Warte, kann ich bei Fertigkeiten noch was machen? Nee, du kannst immer nur bei dem, was grad geöffnet wurde. Ach so, Kräfte mach ich dann. Dann mach ich mal Ikone Kräfte. Kann ich da was machen? Nein, kann ich noch nicht. Geht immer nur, dass was leuchtet. Und das geht immer nur das oberste. Die Ikone Kräfte, das geht auch noch nicht bei mir. Dann mach ich mal Tricks. Äh, was ist das? Äh, ablenken. Holografischer Köder. Einschüchterung. Versteck deine Angriffe und damit einen Schadensausstoß, was Feinde in Angst vor dir niederkauen lässt. Das ist fast fertig. Holografische Köder ist ja gut, vor allem für Probe. Betäubt Feinde, während ein holografischer Körper erstellt wird, um eigene, eigene, eingehändenen Schaden zu vermindern und Feinde zu verstoppen. Verspotten. Soll ich das machen? Ja, das geht sowieso immer nur. Ja, ja, das sind, ist, es gibt gerade drei Sachen, die Leuchte ist, ist, es gibt noch Ablenken, Ablenken ist dann so Rauchbombe. Ist auch nicht schlecht. Ah, das hat der eigentlich, ich mach mal Ikone, Dings. Äh, also diese Fär, äh, Fernkörper, oder wie das heißt. Ich hab jetzt die, warte, guck, das ist so. Da, guck. Ach, das ist jetzt so zum Ablenken. Äh, ich muss nicht töten, ich muss nicht töten, ich muss nicht töten, äh. Warte mal ganz kurz, äh, Side, nur mal so nebenbei. Kannst... Ups. Okay, also dieses Gebäude muss hier ein... einnehmen. Da kommen ja immer mehr. Tu mir nicht weh. Ja, du musst einfach nur nach oben. Das reicht dann. Und warte ganz kurz, was wollte ich gerade schauen? Ich bin nicht, ich bin hier etwas weiter. Unten gegangen, aber jetzt gehe ich nach oben. Äh, na, unten gegangen, aber über mir geht was kaputt. Wie kann das sonst sein? Und warum wird... Du bist du nicht... Ja, ich, ich, ich war kurz unten, jetzt bin ich wieder oben. Okay, ähm. Ich, ich mach mal drei, wie das... Aha. Das bringt ja gar nichts. Was bringt das? Ah, okay. Ah doch, der eine greift den an. Warte, warum komm ich nicht Level ab? Aha, wie geil. Ich komm ziemlich schnell Level ab, gerade. Was ist los? Ja, am Anfang, aber... Ich hab grad volles Ding, aber... Ach, muss ich diese Tanks da zerstören? Wahrscheinlich könntest du die auch noch mit zerstören, ja? Mach's gerade. Ja, ich mach's gerade. Ja, ich mach's gerade. Ich weiß gar nicht, ich hab einfach alles angegriffen, weil ich es da auch noch nicht so gekriegt verstanden habe. Komm schon, mach's dir fertig. Ähm. Ich mag die Schreie irgendwie nicht. Ha, ich bin ausgewichen, ne? Ha, was habt... Äh, was hält ihr davon? Was ist 2? Was hab ich jetzt gemacht? Du mir nicht weh. Ja, ich achte, was du mein 2 hast. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Ähm, während du hier mal machst und die Geräte kriegst... Warte, eh, halten. Was muss ich jetzt machen? Da hast du ein Ausrufezeichen. Also, ja, dann drück ein E und dann lernst du irgendwas, oder ey, der Kunde ist ein Thomas, das ist doch klar, ganz kurz noch. Warte, eh. Aha. Warte. Ich bin gleich tot. Ne, du kommst nicht zu mir ruflich schnell. Das einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Wir laden natürlich völlig frei. Was ist CTRL nochmal? Ja. Ah, und tot. Oh, ja. Alter, warum komm ich nie Level ab? Das ist der ganze Ball nicht. Okay, ich muss dann schnell diese Tanks hier zerstören. Ja, dann mach das mal. Solange kämpfe ich da nochmal lang. Nein. Was ist los? An? An? Du schaffst ja alleine, oder? Ja. Wo willst du dieses Ding hin? Ja, wo willst du dieses Ding hin? Ja, das ist halb. Ah, der ist wieder tot. wie schlecht bist du denn wenn du hier wärst wo ich bin da wirst du ein paar sekunden sterben aber egal welche kämpft du denn gerade gegen so viel von den robotern die aber stärker sind als normalerweise hast du gerade auch mit west ich bin einfach nur der abkommen aber ich mache dann die quest noch kurz fertig und dann mache ich pause ich greife die jetzt noch mal kurz an und dann schaue ich mal kurz weil jetzt sind gerade wenige aber der spawn ist schon wieder welche toll wo ist das teil hin ach das dient sich immer weg oder was diese diese teile da neun ich werde verlangt neun es kommen mehr ah gut einer weitere hält es bei mir mit der magiegeist neun blumen blumen dieses zauber hier x koncher macht ich weiß die eher kaputt bei XP noch ein paar ja also das finde ich ein bisschen schade dass hier nur das ist jetzt nur diese schreier gibt hätten sie ein bisschen einfallsreicher machen können es gibt hier auch ganz viel andere aber bei diesem westen nur die schreie weil normal sind die eigentlich zum gegner ja okay hat es alles bis die worte ich bin immer ich bin immer noch in diesem haus warte warte ich habe eine neue quest machst du dir oder machst du jetzt mit dem quest gut können wir machen ich bin immer ganz kurz mal hauptisch kein wo kriegt denn diese quest ich aktiviere magie ich kann laufen hintereinander weh drücken ok wo ist denn die quest warte ich schau grad noch irgendwann daneben christ weniger ja ja dann aktiviere ich mal die quest benutzen den kiosk in der prime wo ist drück mal okay wir sind hier die crime alley dann ist end und dann müsste hier irgendwo crime alleys sein über uns man müsste irgendwo crime alleys sein wo steht denn das crime alley das sind immer diese grauen punkte zum grüner geben wir über die dächer also ich fliege weil ich nicht so lange ich klettern kann man ja guck mal hier ist was warte ich gehe gerade zur crime alley erwartet da wo ich gerade bin war was auf dem dach aggressiver exo exorbit okay auf welchem dach hier über dir jetzt rechts hier wo ich gerade stehe war ist es noch da ich sehe nichts mehr aber cool du kannst du kuell hochklettern aber ich bin schneller hoch und weiter wie auch gut sind bleibt man da kurz stehen bitte warte ich 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 gehe kurz auf diesen tank da hat man eine coole aussicht und jetzt guck warte warte kurz ich ich habe es gar nicht gesehen wo bist du denn ach wo jetzt lol okay ich schaue ich mal kurz um da sind diese raumschiffe komm mal hier runter hier wo ich gerade stehe ein bisschen trübe toll ich fühle mich wie spiderman gerade hier noch hoch hier noch mal hoch hier ist das teiler aktiviert warte und wenn du den gegner beziegst ist er nur k.o. wenn du ihn wirklich töten möchtest oder ja dann musst du ihn normal eh gedrückt halten also ein richtiger gegner oder spieler bäm hab ich da irgendwas neues oh mein gott ja hab ich ja das wird exorbit dann brauchst du da musst du so ein paar sammeln dann hast du so bekommst du irgendwas gutes oder dann könntest du mit denen die kann ich ja nicht weg tun schon weiter bei diesem einen warte mal auf mich das gibt es nämlich neue gegner das kennt sie ja von batman mit dem gift wo bist du ich dachte wir wollten zu leben festgehen ja und da bin ich jetzt schon weiter gelaufen so okay und von der nebenkürst aber ich bin jetzt bei so einem zwischengang wo es so ein riesenhaus daneben ist und da ist so ein kran bist du da auch ich sehe dich hinter dir bin ich hinter mir auf dem haus nee auf dem boden wo bist du ach du bist beim kran warte kann ich hier was aufheben ne doch nicht ich dachte ich könnte den lastwagen aufheben ja manchmal kannst du sachen auf dem ach ja das weißt du ja schon was ist L 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 Habe ich das im inventory ne ich habe nur so ne so ne so da Wo bist du nun gerade ja bei dem kran ah hier neben dir ich habe keine karte mehr hier dann drück mal M ah jetzt ist es wieder da okay und guck hier gibt es diese Hallucination die kennste ja von ähm batman und das manchmal auch normale Leute oder auch andere Gegner zum Beispiel die Kreischung und die normalen Leute muss den auch töten die zeigen sich dann irgendwann und dann halt halt Leute sag ich schon wieder so Masken Schaltkreis Tu mir nicht weh okay wo bist du denn hier auf dem Ding da hochgegangen ja ich würde gar nicht den Kran hochgehen aber es geht um mir anscheinend nicht doch jetzt erst komme ich hoch ich bin hier oben hier weiter oh nein ich glaube dass ein Spieler das ist ein echter Spieler ich komme zu dir bei mir wenn ich wüsste wo du bist hier ich bin hier unter dir also ich bin jetzt bei der ist jetzt wieder weg da da siehst du das sind so mit der ist hier oben ja genau da oben oh das sind zwei komm die machen wir fertig oh ja hier ist einer hier ist einer hier euch sehen du bist gleich tot oh mein gott ist eine zwei ich bin gleich tot nein 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 21 okay jetzt bin ich geflohen es war echt wies kommt er weiter im kasten bei mittel ist auch gestorben kommst du es war echt fies diesen ganz schön stark weißt du welche level die waren weißt du nicht mein auto bist du da oder was ja wir sind da hinter dir haben was das was machen kann ganz kurz das kiosk wir müssen irgendwo hier müssen kiosk sein kannst du da zu dem pfeil ält sich so ausrufezeichen da ach so ja ich bin trotzdem hier neben wo ich gerade bin aktiviert ihr mal und dann drück mal j ob das irgendwas ob du deine quest bekommst pantophonie heißt die so erreicht so eine kraftort die du jetzt hast also die habe ich auch schon gemacht oder ich mache diese eine quest von batman ja und ich mache jetzt mal kurz hat hier bis zum nächsten mal leute daumen hoch abonnieren alles mögliche ciao ciao Bis zum nächsten Mal.